Hier präsentieren wir die 5 besten Western-Gitarre-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Classic Cantabile WS-10 WH-K Western-Gitarre. Der WS-10 WH-K ist nicht nur ein wunderbares Teil ohne Verstärkung, er hat auch einen integrierten, aktiven Vorverstärker. Neben der Lautstärkerregelung garantieren ein ansprechender 3-Band EQ-Bass, Mitte, Höhen sowie eine Sichtbarkeitskontrolle die hervorragende Einstellung. Der Empfänger verfügt über einen Automodus, mit dem die Gitarre dank der spezifischen Tonerkennung in Sekunden eingestimmt werden kann. Für Lüfter offener und spezifischer Einstellungen kann der Tuner mit der Taste Hinweis in den manuellen Modus geschaltet werden, um sicherzustellen, dass der gewünschte Zielton individuell gewählt werden kann. Nummer 4. VanGoa Elektro-Akustik-Gitarre. Die VanGoa-Gitarre ist eine akustische E-Gitarre, die Qualität, exzellenten Sound, wunderschönes Design und Komfort bietet. Das Design der Gitarren mit ihren weichen, kugelförmigen Linien sorgt für ein hervorragendes Gefühl und fördert auch die Zugänglichkeit zu den hohen Tönen des Halses. Dies ermöglicht es Ihnen, in Noten sowie Akkorde zu spielen. Effekte können vergrößert und auch mit dem eingebauten 4-Band Equalizer enthalten sein. Es enthält auch einen Clip-Empfänger, der es sehr einfach macht, die Gitarre zu stimmen. Der Clip-Tuner kann Gitarren-Vibrationen finden und ist auch viel weniger empfindlich gegenüber Verlaufsgeräuschen. Dieses Modell bietet ein komplettes Rauschen mit einem ausgewogenen Mittelton, starken Bass und auch klar definierten Höhen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Yamaha FX 370C Elektroakustische Gitarre Die Yamaha FX 370C Gitarre ist eine Gitarre von höchster Qualität, die Sie für weniger als 300 Euro bekommen können. Es bietet alle nützlichen Funktionen einer elektroakustischen Akustik-Gitarre mit einem Seitenvermittler für technische Funktionen wie ein Yamaha Mikrofon, den 3-Band Equalizer oder eine Reihe von anderen zusätzlichen Zubehörteilen. Die Yamaha FX 370C ist besonders hervorragend, wenn sie intensiv auf der Bühne eingesetzt wird. Die Gitarre hält 3,12 kg und hat auch ein Palisander-Griffbrett sowie eine 43 mm breite Mutter. Die Gitarren dieser Yamaha Serie sind spezifisch durch ihren ehrenvollen, aber unverwechselbaren Stil identifiziert. Nummer 2. Navara Konzertgitarre 4-4 Starter Set Die Navara-Gitarre ist eine Dreadnogat-Gitarre mit einem natürlichen getönten Tisch und auch eine schwarze Geschichte. Die Seiten sind auch schwarz sowie die Seiten sind cremefarben. Die Beanspruchung und der Halsverstellungs-Poll bleiben in Silber, die Meka-Köpfe sind auf der Western-Gitarre fernschräumt. Die Navara Akustik-Gitarre hat eine Reichweitengröße von 648 mm und eine Halsgröße von 43 mm. In einer gepolsterten Tasche mit Liederfach- und Rucksack-Funktion. Die Kunden applaudieren dem satten Rauschen sowie der hervorragenden Qualität des Layouts der Gitarre. Wenn Sie einen Dreadnogat suchen, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, werfen Sie einen Blick auf dieses Design. Und die Nummer 1 unserer Liste. Yamaha F310 TBS Western-Gitarre Braun-Zoom-Burst Die edlige Yamaha-Gitarre im Western-Design bietet den Einfluss, ein echter Country-Sänger zu sein. Diese Gitarre zeichnet sich durch ein gutes Geräusch aus. Die Spitze ist Fichte sowie die Seiten sind mehr Anti. Die Seiten der Gitarre sind zusätzlich aus Stahl und auch Auschrom. Die Gitarre berücksichtigt etwa 2,5 kg und Schritte 104 x 52 x 14 cm. Die Gitarre hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.